Samsung Galaxy S23 Fee Kameratest Hallo meine lieben Freunde, wie geht es euch? Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid bei guter Gesundheit. Heute habe ich ein neues und wichtiges Video mit euch, in dem ich die Kamera des Samsung Galaxy S23 Fee teste. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Aber bevor Sie sich das Video ansehen, abonnieren Sie den Kanal, um alles Neue und Nützliche zu erhalten. Fahren wir nun mit der Erklärung fort. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat und wir sehen uns in einem neuen Video. Wir haben das Samsung Galaxy S23 Fee strengen DXOMARK Kameratest unterzogen, um seine Leistung in Bezug auf Foto- und Videoqualität und Zoom aus der Sicht des Endbenutzers zu messen. In diesem Artikel wird die Leistung des Geräts in verschiedenen Tests und mehreren häufigen Anwendungsfällen erläutert. Ziel ist es, die wichtigsten Ergebnisse unserer Tests anhand eines Ausschnitts der erfassten Daten hervorzuheben. Überblick Hauptkamera-Spezifikationen Primär 50 MP Sensor F1,8 Objektiv Dual Pixel AF Optischer Bildstabilisator UIS Ultraweitwinkel Kamera 12 MP Sensor F2,2 Objektiv Fernkamera 8 MP Sensor F2,4 Objektiv Vorteile Gute Farbwiedergabe Präzise Motivbelichtung und großer Dynamikbereich Gute Leistung für die Ultraweitwinkelkamera Effektive Videostabilisierung Nachteile Instabilität des Autofokus und Artefakte, zum Beispiel bewegte Textur, bei Videos mit wenig Licht. Auf sich bewegenden Objekten erscheinen Schatten Rauschen bei schwachem Licht, insbesondere im Fotomodus. Das Samsung Galaxy S23 FE lieferte im DXOM ARK Kameratest eine sehr starke Gesamtleistung für ein High-End-Gerät ab. Die Gesamtpunktzahl kommt dem teureren Galaxy S23 ziemlich nahe und ist deutlich höher als beim günstigeren Galaxy A14 5G. Farben, insbesondere Hauttöne, wurden gut wiedergegeben und die Bilder zeigten eine hohe Detailgenauigkeit. Der große Dynamikbereich sorgt für ordentliche Schatten- und Lichterdetails. In kontrastreichen Szenen und die gute Leistung der Ultraweitwinkelkamera macht das Galaxy S23 FE zu einer guten Wahl für Landschaftsfotografie. Der Nachteil ist, dass einige Artefakte wie Geisterbilder bei sich bewegenden Objekten auftreten können, insbesondere bei der Aufnahme von Szenen mit wenig Licht. Auch im Videomodus waren die Ergebnisse gut, insbesondere bei Aufnahmen bei Tageslicht. Die Videostabilisierung funktionierte effektiv und das aufgenommene Filmmaterial hatte ein hohes Maß an Textur. Mit abnehmender Lichtstärke traten jedoch Artefakte auf, insbesondere ein Verwackeln in einigen Bereichen des Bildes. Testzusammenfassung Über DXOMARK-Kamera-Tests DXOMARK-Kamera-Tests werden in Laboren und in realen Situationen mit einer Vielzahl von Probanden durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf objektiven Tests, bei denen die Ergebnisse direkt von einer Messsoftware in unserem Laboraufbau berechnet werden, und auf Wahrnehmungstests, bei denen eine Gruppe von Bildexperten mithilfe einer Reihe ausgefeilter Metriken Aspekte der Bildqualität vergleichen kann, die menschliches Urteilsvermögen erfordern. An den Smartphone-Tests ist ein Team aus Ingenieuren und Technikern etwa eine Woche lang beteiligt. Bild-, Zoom- und Videoqualität werden separat bewertet und dann zum Vergleich zwischen Kameras in verschiedenen Geräten zu einer Gesamtbewertung zusammengefasst. Weitere Informationen zum DXOMARK-Kamera-Protokoll finden Sie hier. Weitere Details zu den Kameraergebnissen des Smartphones finden Sie hier. Der folgende Abschnitt fasst die Hauptelemente der umfassenden Tests und Analysen von DXOMARK. Zusammen Vollständige Leistungsbewertungen sind auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns, um herauszufinden, wie Sie einen vollständigen Bericht erhalten. Die Bilder über DXOMARK-Kamera-Fototests zur Aufzeichnung und Analyse erfassen und werten die Ingenieure von DXOMARK mehr als 2600. Testbilder in kontrollierten Laborumgebungen sowie in Außen-, Innen- und Landschaftsszenen bei schlechten Lichtverhältnissen aus und verwenden dabei Standard-Kamera-Einstellungen. Das Fotoprotokoll wurde unter Berücksichtigung wichtiger. Anwendungsfälle entwickelt und basiert auf typischen Fotografieszenarien wie Porträts, Familien und Landschaften. Die Bewertung erfolgt durch visuelle Untersuchung der Bilder anhand einer Referenz natürlicher Szenen und durch objektive Messungen an Kartenbildern, die im Labor unter verschiedenen Lichtbedingungen von 1 bis 1000 plus Lux und Farbtemperaturen von 2300K bis 6500K aufgenommen wurden. Die Farbe, Belichtung und Farbe sind wesentliche Merkmale technisch guter Fotos. Bei der Belichtung wird als Hauptmerkmal die Helligkeit des Hauptmotivs anhand verschiedener Anwendungsfälle wie Landschaften, Porträts oder Stillleben bewertet. Weitere Faktoren, die bewertet werden, sind Kontrast und Dynamikumfang. Beispielsweise die Fähigkeit, sichtbare Details in hellen und dunklen Bildbereichen wiederzugeben. Auch die Wiederholbarkeit ist wichtig, da sie die Fähigkeit der Kamera zeigt. Beim Aufnehmen mehrerer Fotos derselben Szene die gleiche Ansicht zu liefern. Für die Farbe werden folgende Bildqualitätsattribute analysiert. Haupttonwiedergabe, Weißabgleich, Farbschattierung und Wiederholbarkeit. Bei der Farbwiedergabe und dem Hauptton bestrafen wir unnatürliche Farben. Respektieren jedoch die vom Hersteller gewählte Farbsignatur. Autofokus. AF-Tests konzentrieren sich auf Fokusgenauigkeit, Fokuswiederholbarkeit, Aufnahmezeitverzögerung und Schärfentiefe. Die Aufnahmeverzögerung ist die Differenz zwischen dem Zeitpunkt, zu dem der Benutzer die Aufnahmetaste drückt, und dem Zeitpunkt, zu dem das Foto tatsächlich aufgenommen wird. Dazu gehören die Fokusiergeschwindigkeit und die Fähigkeit des Geräts, Bilder zum richtigen Zeitpunkt aufzunehmen, was als, keine Verschlussverzögerung, Funktion bezeichnet wird. Auch wenn eine geringe Schärfentiefe für ein Porträt eines einzelnen Motivs oder eine Nahaufnahme angenehm sein kann, kann sie unter bestimmten Umständen, beispielsweise bei Gruppenporträts, auch problematisch sein. Beide Positionen werden getestet. Die Fokusgenauigkeit wird auch bei allen aufgenommenen realen Bildern bewertet. Von unendlich bis zu nahe Aufnahmen und bei schlechten Lichtverhältnissen bis hin zu Außenaufnahmen. Textur Texturtests analysieren den Detaillierungsgrad und die Textur von Motiven in Bildern, die im Labor sowie in realen Szenarien aufgenommen wurden. Bei Landschaftsaufnahmen wird besonderes Augenmerk auf die Detailgenauigkeit in den hellen und dunklen Bildbereichen gelegt. Objektive Messungen werden an Kartenbildern durchgeführt, die unter verschiedenen Beleuchtungsbedingungen von 1 bis 1000 Looks und verschiedenen Arten von Dynamikbereichsbedingungen aufgenommen wurden. Die verwendeten Diagramme sind das spezielle DXOMARK-DMC-Diagramm und das Det-Leaves-Diagramm. Lärm Rauschtests analysieren verschiedene Rauschattribute wie Dichte, Farbe, Körnigkeit und Struktur auf realen Bildern sowie im Labor aufgenommenen Diagrammbildern. Bei natürlichen Bildern wird besonderes Augenmerk auf Rauschen in Gesichtern und Landschaften gelegt, aber auch auf dunkle Bereiche und Bedingungen mit hohem Dynamikumfang. Auch das Rauschen bewegter Objekte in natürlichen Bildern wird ausgewertet. Objektive Messungen werden an Kartenbildern durchgeführt, die unter verschiedenen Bedingungen von 1 bis 1000 Looks und verschiedenen Arten von Dynamikbereichsbedingungen aufgenommen wurden. Das verwendete Diagramm ist das Dead-Leaves-Diagramm und die standardisierte Messung ist Visual. Noise Abgeleitet von ISO 15739 Vorschau Vorschautests analysieren die Bildqualität in der Vorschau eines Bildes durch die Kamera-App und achten dabei besonders auf den Unterschied zwischen Aufnahme und Vorschau. Insbesondere im Hinblick auf den Dynamikbereich und die Anwendung des Bokeh-Effekts. Die Glätte der Belichtung, die Farb- und Fokusanpassung werden auch beim Zoomen vom Minimalen auf den maximal verfügbaren Zoom-Faktor bewertet. Die Bildrate der Vorschau wird mithilfe des globalen LED-Timers gemessen. Vergrößern Über die kamerainternen Zoom-Tests von DXOMARK Die Ingenieure von DXOMARK erfassen und bewerten mehr als 400 Testbilder in kontrollierten Laborumgebungen sowie in Landschaftsszenen im Freien, in Innenräumen und bei schlechten Lichtverhältnissen. Wobei sie Standard-Kamera-Einstellungen verwenden und mit verschiedenen Zoom-Faktoren von Ultraweitwinkel bis Ultraweitbereichszoomen heranzoomen. Die Bewertung erfolgt durch visuelle Inspektion der Bilder anhand einer Referenz natürlicher Szenen und durch objektive Messungen von Kartenbildern, die im Labor unter verschiedenen Bedingungen von 20 bis 1000 Lux und Farbtemperaturen von 2300 K bis 6500 K aufgenommen wurden. Breit Diese Tests analysieren die Leistung der Ultraweitwinkelkamera bei verschiedenen Brennweiten von 12 mm bis 20 mm. Alle Bildqualitätsmerkmale werden bewertet, wobei Artefakten wie chromatischen Aberrationen, Linsenglätte und Verzerrungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die folgenden Bilder sind ein Auszug der getesteten Szenen. Fernseher Alle Bildqualitätsmerkmale werden bei Brennweiten von etwa 40 mm bis 300 mm bewertet, wobei besonderes Augenmerk auf Textur und Details gelegt wird. Das Ergebnis wird aus einer Reihe objektiver Messungen im Labor und der Wahrnehmungsanalyse. Realer Bilder gewonnen Video Über DXOMARK Kamera Videotests Die Ingenieure von DXOMARK erfassen und werten mehr als 2,5 Stunden Video in kontrollierten Laborumgebungen und in Landschaftsszenen mit wenig Licht im Innen- und Außenbereich unter Verwendung der Standard-Kamera-Einstellungen aus. Die Bewertung besteht aus einer visuellen Inspektion natürlicher Videos, die unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen wurden, und der Durchführung objektiver Messungen an Videos von Chartreuse, die im Labor unter verschiedenen Bedingungen von 1 bis 1000 plus Lux und Farbtemperaturen von 2300 K bis 6500 K aufgenommen wurden. Farben Belichtungstests bewerten die Helligkeit des Hauptmotivs und den Dynamikbereich. D. H. Die Fähigkeit, sichtbare Details sowohl in hellen als auch in dunklen Bildbereichen. Wiederzugeben Expositionsstabilität und zeitliche Anpassung werden ebenfalls analysiert. Die Bildqualitätsanalyse befasst sich mit der Farbwiedergabe, der Haupttonwiedergabe, dem Weißabgleich, der Farbschattierung, der Stabilität des Weißabgleichs und deren Anpassung bei Lichtveränderungen. Textur Texturtests analysieren den Detaillierungsgrad und die Textur realer Videos sowie im Labor aufgenommener Grafikvideos. Natürliche Videoaufnahmen werden visuell ausgewertet, wobei ein besonderes Augenmerk auf den Detaillierungsgrad in hellen Bereichen sowie im Dunkeln gelegt wird. Objektive Messungen werden an Graphemen durchgeführt, die bei verschiedenen Bedingungen von 1 bis 1000 Lux aufgenommen wurden. Die verwendeten Diagramme sind das DXOMARK, DMC-Diagramm und das Deadleafs-Diagramm. Lärm Geräuschtests analysieren verschiedene Geräuschattribute wie Dichte, Farbe, Körnigkeit, Struktur und zeitliche Aspekte in realen Videoaufzeichnungen sowie Videos von im Labor. Aufgenommenen Histogrammen Natürliche Videos werden visuell bewertet, wobei besonderes Augenmerk auf Rauschen in dunklen Bereichen und Bedingungen mit hohem Dynamikbereich gelegt wird. Objektive Messungen werden anhand von Videoclips von Histogrammen durchgeführt, die bei verschiedenen Bedingungen von 1 bis 1000 Lux aufgezeichnet wurden. Das verwendete Schema ist das visuelle Rauschdiagramm von DXOMARK. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es Ihnen gefallen hat und wir sehen uns in einem neuen Video.